Hallo, welches Champi ist jetzt überhaupt? Heute ist Sonntag. Pony Champi! Geht ein Hafling auch ins Pony? Ich glaub nicht. Och wait, nee, kein Bock. Kein Bock auf Pony Champi. Ich hätt lieber, dass sie auch wie Gestahl gemacht. Ja. Dann ist es jetzt so. Eine Ewigkeit später. Hallo Friends, welcome back. Ich bin's wieder, eure Sarah, Pernille, kein Plan, wie ihr mich nennt. Willkommen zurück. Heute gibt's ein Video mit Lea aka Kyla Lavasnake. Hallo, was? Wir machen heute, wie man schon sieht, das Pony Champi. Und ja, wie gesagt, Kyla, kein Plan, ist auch mit dabei. Und ja, wenn ihr sie nicht kennt, dann guckt auf ihren Kanal und ja. Okay, also wir sind jetzt in der Gruppe 2 und das Champi geht hier jetzt auch in 20 Sekunden los. Und es laggt richtig bei mir, also. Ja, bei mir auch, also irgendwie. Ja. Ja, es laggt bei mir auch. Und ja, ich verkack immer alle Champis, nur weil es so krass laggt. Da gibt's hier so eine Abkürzung, oder? Ja. Eigentlich kann ich sie nicht, also nicht mehr, aber. Oh mein Gott, Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, Hilfe. Ich bin einfach Erste gerade, als ob. Na. Das ist voll unfair, mein Pferd ist Level 5 und ist unglücklich. Oh. Aber weißt du, gestern bin ich das ja auch geritten. Und da habe ich sogar auch den zweiten Platz gemacht, obwohl ich... Zweite. Ja, sehe ich gerade auch, ich bin auch gerade voll geschockt. Also irgendwie ist es ein bisschen... Oh, jetzt bin ich schon so. Aber das ist okay, das ist okay. Ich kenne das schon. Soll ich jetzt einfach eine Schraube... Ja, ich esse ein Trauer... Oh mein Gott. Ich habe gerade aus Versehen mit der Maus so rumgeschwenkt. Ich will ja auch mal den Champi nur mit der Maus machen. Das ist voll geil eigentlich. Habe ich schon mal gemacht. Ich habe den Sprung verkackt. Ich hasse es. Ich bin Erste von hinten. Yay. Ah! Nein. Dieser... Oha, alle sind schon so um die Ecke rum und ich bin gerade am Anfang der Ecke. Weil ich alles verkackle. Spiele, wenn ich jetzt diese Abrissung hinkriege, dann kriege ich leicht eine Platzierung. Komm, bitte, bitte. Komm, komm. Ich habe nur noch eine Minute Zeit. Oha, ich bin einfach Platz 3. Ich bin... Ich... 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 Ich sprach Fehler. Nein. Ich bin... Ich bin einfach Platz 3. Ich bin Platz 15 und der Bagger hat mich gerade überfahren. Und jetzt bin ich an dieser Lampe festgehangen. Wow. Oh mein Gott. Aber das... Bist du schon... Welcher Platz bist du so? 15. Okay. Oh, ah! Das ist jemand aus meinem Club. Warte, ich muss kurz kriegen von Schwami. Glückwunsche. Ich... Ich bin einfach in einem Pornyshop. Ich bin da, habe ich das Gefühl. Ich kann es ein bisschen. Wait, 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 wait. Nein! Oh doch, ich war Letzte. Oh. Wow. Oh. Ist schon okay. Wie? Ich verstecke mich in der Menge. Gehe unter in der Menge. Ist Salima. Willst du die? Oh, herrlich. Ich hab... Salima. Salima wird gesucht. Was? Sie wird gesucht? Ja. Wo bist du? Was sucht er? Hallo? Oh, die hat das ja beobachtet an wie ich. Sie ist cool. Salima, jetzt komm doch mal. Salima ist in der Masse verloren gegangen. Salima denkt auch nur bestimmt sowas zur Hölle. Salima. Lul. Salima so, hi. Hi, Salima. Na? Salima, wie geht's dir denn so, ne? Hey, Kugipi, MP4. Oh, wow. Oh mein Gott, du hast grad voll den schnellen Stopp dort so abgelegt, hingelegt, keine Ahnung was. Ich muss unbedingt dieses Pferd leveln. Es ist eigentlich voll geil, aber es ist einfach richtig lahm. Also, wenn man's nicht ausgelevelt hat. Ja, also ich glaub, ähm, ausgelevelte Pferde levelt man auch normalerweise nicht so. Hä? Das macht keinen Sinn, aber okay. Oh, komm, stell dich auf den Stein zu mir. Ilyana. Ilyana. Oh mein Gott, sie ist grad voll durchgelebt. Ilyana, verlass mich nicht. Ilyana, komm zurück. Ich werde bestiegen von allen Seiten. Oh nein, die Seiten. Ups. Oh. Nicht mal das kann ich. Oh nein. Ups. Wayne, komm. Wow, ich schaff's nicht. Ich muss auf der Seite hochhalten. Einmal Applaus, bitte. Warte. Wie macht man das? Warte, nein. Du applaudierst dir selbst. Nein. Aber ich kann so coolen Applaus einfügen, wo du dir selbst applaudierst. Ich steh voll auf der Kante. Leben am Limit. Leben am Limit. Oh. Oh, das kann ich auch. Oh. Wee. Okay, das war's. Schönen Tag euch noch. So. Nice. Nice. Vielen Dank.